Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Aktuell läuft ja unser Weihnachts-Event, das Midwinter-Pest-Event, was im zersplitterten Gipfel stattfindet. Da hatte ich ja jetzt schon das ein oder andere Video zugemacht. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, checkt einfach mal die Videos auf, die ich hier oben verlinke. Im Midwinter-Pest-Event gibt es einen neuen Aspekt und dieser Aspekt, ich wollte eigentlich kein Video zu Bugs machen, beziehungsweise ich hatte gehofft, dass keine Bugs kommen, aber dieser Aspekt hier ist leider ziemlich verpackt. Und zwar kann der Aspekt auf einer Zweihandwaffe bis zu 70% Angriffsgeschwindigkeit geben. Wenn ihr also den Aspekt auf eine Zweihandwaffe packt, also wenn ich jetzt hier nicht das Unix spielen würde, sondern eine normale Zweihandwaffe, könnte ich hier den Aspekt draufpacken und hätte 70% Angriffsgeschwindigkeit. Das Problem ist, oder der Bug ist, wenn ich den gleichen Aspekt nochmal auf einen Ring packe und beides zusammen ausgerüstet habe, dann kennt ihr das ja, dann wird das gedoppelt, einer von beiden wird ausgegraut, also jetzt in dem Fall dann der Ring. Und nur der auf der Zweihandwaffe wäre aktiv. Wenn ich aber dann die Zweihandwaffe ausziehe und eine andere Zweihandwaffe anziehe, dann springt der 70% Bonus auf den Ring rüber. Der wird also nicht geupdatet und das ist ein Bug. Normalerweise sollte ja dann nur auf 35% da sein. Dieser Bug wird aktuell ausgenutzt im Schlachthaus und auch in anderen Ereignissen, in den Nightmare Dungeon und so weiter. Denn der Bug bleibt so lange bestehen, bis man das Gebiet reloadet. Das heißt, ein- und ausloggen, in den Dungeon reingehen, irgendwo hinporten. Und wenn ihr zum Beispiel im Schlachthaus seid, wo ihr ja durchgehend in einem Dungeon seid, ohne Reloadzone, könntet ihr diesen Bug abusen und quasi auf irgendeine Zweihandwaffe diesen Aspekt packen. Zusätzlich auf den Ring, die Zweihandwaffe ausziehen, wenn ihr im Schlachthof seid und dann die andere Waffe wieder anziehen. Und ihr wisst, gerade beim Ball Lightning ist Angstgeschwindigkeit aktuell sowieso verbuggt. Also, ich erspare euch, dass die Schadenzahlen, die dabei rauskommen mit 70% Angstgeschwindigkeit und diesem Bug Abuse sind schwindelerregend und der Bug muss so schnell wie möglich gefixt werden. Außerdem ist man sich nicht sicher, ob das ein Bug ist oder nicht. Aber wenn ihr mit dem Barbaren diesen Aspekt benutzt, dann läuft erstmal alles ganz normal. Das Problem, was ihr habt, ist, sobald ihr einen Waffenwechsel habt. Das heißt, wenn ihr einmal mit beiden Waffen angreift und danach mit einer anderen, dann verschwindet der Effekt und ihr seid wieder in der Abklingzeit. Und das, Frage ist, ob das so intended ist. Man geht aktuell eher davon aus, dass das nicht so beabsichtigt ist. Das Ganze trifft nämlich natürlich auch nur auf Klassen zu, die die Waffen wechseln können. Das ist der Barbar und auch der Jäger. Man ist sich da nicht so sicher, ob das so sein soll. Wenn es so sein soll, wäre das echt mies, weil gerade der Barbar ja komplett auf Waffenwechsel setzt. Der Aspekt wäre dann quasi useless. Der ist allgemein schon nicht so gut, aber der wäre dann komplett useless, weil man ja ständig die Waffen wechselt. Zumindest mal auch in dieser Season, wo ja alles auf Überwältigung abzielt oder vieles zumindest. Außerdem gibt es ja jetzt hier diesen Gileon, den neuen NPC und der ist ja ein Bade. Wenn wir uns den mal genauer angucken, hat er, ich habe schon letztens gesagt eine Harfe. Er hat eine Gitarre in der Hand und ist quasi ein neuer Charakter. Weil wenn wir mal zurückdenken an Season 1, da hatten wir ja den NPC, der war irgendwie gar nichts. Das war wirklich ein ganz normaler NPC. Dann hatten wir zu Season of Blood eine Jägerin, die dazu gekommen ist. Und hier haben wir Gilion. Und vielleicht wisst ihr schon, worauf ich hinaus will. Es gibt die Vermutung, oder man munkelt, dass die neue Charakterklasse, die ja nächstes Jahr, Ende nächsten Jahres mit dem DLC rauskommt, eventuell der Bade sein könnte. Weil neu im Spiel gab es vorher noch nie in irgendeinem Diablo zu spielen. Und wäre eigentlich ganz cool, wenn man einen Bade in Diablo hätte. Baden gibt es ja in anderen Spielen ganz häufig zu spielen. Würde also echt cool ins Setting passen, finde ich. Ob das dann wirklich der Fall ist, bleibt abzuwarten. Ich gehe eigentlich nicht davon aus, aber wäre echt ganz cool, wenn man ein Jahr vorher schon den Baden gesehen hätte. Wir kriegen im Januar eine neue Season, im Mai eine neue Season oder April. Und dann im September eine neue Season. Und dann wird dein neuer Charakter announced und dann ist einfach der Bade aus diesen zwei. Würde ich ganz cool finden. Kann ich mir actually aber nicht vorstellen. Und dann noch eine Sache. Ich hatte das öfteren gesagt, dass ja dieses Event, Midwinterpest-Event, richtig cool ist für neue Spieler. Dabei habe ich gar nicht bedacht, dass Midwinterpest nur für die Season ist. Ich bin erschreckend auf einen Eternal-Charakter gegangen und musste feststellen, dass Midwinterpest nur für die Season ist. Und da muss ich sagen, finde ich nicht gut. Also finde ich eher bescheiden. Finde ich eher so semi-cool. Ich hätte eher gedacht, dass das Event gerade für neue Spieler, die jetzt die ersten Stepper in die Season machen. Ähm, äh, in die Season, in das Spiel machen. Und das erste Gebiet, ihr kennt das ja, man startet hier, man läuft nach Kiowa-Stadt und hätte sofort das Event. Aber das Event ist erst in der Season. Und ihr wisst, die Season kann man erst starten, wenn man das Spiel einmal komplett durchgespielt hat. Also, finde ich bescheiden. Das wusste ich nicht. Ist mir auch leider erst gestern aufgefallen. Ich würde gerne verlassen. Danke. Ähm, ist mir leider auch erst gestern aufgefallen. Das heißt, ja, ist echt schade. Wir haben sowieso schon so wenige neue Spielerzuwächse. Sind wenig Leute im Early-Game. Deswegen ist das Event auch gerade so verpönt, weil das ja sich eher an Low-Level- und Early-Game-Spieler richtet. Macht aber dann auch wieder nicht so viel Sinn, wenn es im Eternal nicht ist. Also, ich finde es richtig cool, dass wir das Event haben. Ich werde da auch nochmal ein Fazit machen. Gerade auch im Vergleich zu Season 1, wo wir, wo wir durchweg ja gar nichts hatten. Und Season 2 haben wir einmal Schlachthaus bekommen, um mit Winterpest. Da werde ich nochmal ein gesondertes Video zu machen. Aber das, äh, finde ich nicht ganz so cool. Ich finde das Event cool und cool, dass es ein Weihnachtsevent gibt. Aber das nicht im Eternal ist. Naja, schreibt mir gerne eure Meinung unten in den Kommentaren dazu. Ich hoffe, die Bugs werden, äh, rausgenommen. Was sagt ihr dazu, dass eventuell der Bade die neue Klasse sein könnte? Und was sagt ihr dazu, dass das Event leider nur in der Season stattfindet und nicht im Eternal? Mehr gibt's aktuell nicht. Würde mich sehr über ein Follow freuen. Followt rein, Leute. Lasst ein Like auf dem Video. Und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Schta foarte, schön. venom. Ich binpannt.